Musik Das hier ist Darth Vader. Ich weiß nicht so richtig, ob ich ihn euch als galaktische Geisel oder als ukrainischen Politiker vorstellen soll. Auf jeden Fall ist er der Spitzenkandidat der Internetpartei der Ukraine für die kommende Parlamentswahl. Und wir von Russland TV halten die IPU für einen der interessantesten Alternativen, die sich dort auf dem Wahlzettel finden. Beim Wahlkampf setzt Vader wie bei seinen früheren Kampagnen vor allem auf das Umarmen von ukrainischen Denkmälern. Bei der Bürgermeisterwahl von Odessa reichte das, um ihm 4% der Wählerstimmen zu holen. 1% mehr für seine Partei bei der Parlamentswahl und die Internetpartei wurde im Kiewer Abgeordnetenhaus sitzen. Natürlich behaupten so Politologen, dass die Internetpartei das nicht schafft. Aber was wissen sie schon von Star Wars? Im Vergleich zu manchen Parlamentariern von nationalistischen Rechtsparteien werden ein paar bunte Gestalten in Kiew vielleicht keine so schlechte Sache. Hinter Vader kandidieren übrigens auch Chewbacca oder der dunkle Imperator. Vielleicht waren es die grünen Kostüme, die der deutschen Piratenpartei für einen gescheiten Erfolg fehlten. Und die Internetpartei machte sie jetzt besser. Für die Wähler enthüllt Vader sogar, was sich unter seiner Maske verbirgt. Natürlich eine Kosakenfrisur. Kosaken, das ist gut, das ist fast das Einzige, was West- und Ostukrainer beide mögen. Vader, wie russische Muttersprachler ist, wäre als Oberböse wahrscheinlich auch der beste Verhandlungspartner für Rebellen oder Leute wie Putin, die ja auch so richtig böse sind. Mit Vele an der Spitze und seinen Sturmtruppen dahinter ist der Donbass wahrscheinlich besser zu halten als mit der Nationalgarde.